Liebe Ina, stell dir vor, du musst jetzt ganz schnell eine Küche planen und dich entscheiden. Zwischen Hochglanz oder matt? Matt. Landhaus oder modern? Landhaus. Bunt oder schlicht? Schlicht. Offene Wohnküche oder separater Raum? Offene Wohnküche. Grifflos oder mit Griffen? Tatsächlich mit Griffen. Design oder Funktionalität? In meinem Fall etwas mehr Funktionalität, aber Design ist auch nicht unwichtig. Dankeschön. Bitte.